Sie waren gestern bei uns bei einer Laserbehandlung bzw. zur Entfernung einer Stelle. Wichtig ist zur besten Wundheilung, dass Sie einmal am Tag Mund- und Heilcreme auf die Stelle auftragen und tagsüber mit einem Pflaster versehen, so dass die Wunde nicht an die Kleidung schuppert. Nachts nehmen Sie das Pflaster weg und lassen die Wunde offen, so dass Luft drankommt. Mit dem Wasser bitte ein bisschen vorsichtig und Sie könnten mir noch einen Gefallen tun. Eine Woche keine Sonne.